Herzlich Willkommen zu einem Juh von kreativekiste.de Wenn die Kinder älter werden, kann man auch coolere Sachen bauen. Und wenn meine Tochter einen Spielegeburtstag gemacht hat, hat jedes Kind so einen Würfel hier bauen dürfen. Natürlich wird hier oben noch zugeschraubt, da fehlen es noch vier Schrauben. Aber so kann ich euch das Innere mal zeigen. Das heißt, die mussten hier die Hölzer zusägen. Und dann muss man eigentlich bloß die Anzeige mit dem Arduino verbinden. Dann schauen wir es uns mal an. Also bei jedem Tastendruck, den ich jetzt mache, erzeugt ein Zufallsgenerator einfach eine Zahl. Die LEDs gehen kurz aus und dann wird eben eine neue Zahl angezeigt. Die Spannungsversorgung habe ich eben über das USB-Kabel gemacht, das beim Arduino dabei war. Und der wird dann einfach da eingesteckt. Damit das Ganze nicht so teuer ist, habe ich den Arduino, die Anzeige und die Tastor bei Ali gekauft. So bin ich mit Holz und allem drum und dran nur auf ein paar Euro gekommen. Schauen wir uns zuerst kurz die Hardware an. Der Tastor, um eben den Würfel zu starten, bekommt also Ground und geht dann auf Pin 2, weil ich die internen Pull-Up-Widerstände verwende. Die Matrix bekommt DIN, CS und CLK auf den Pins 12, 10 und 11. Dazu 5 Volt und Ground. Damit ich nicht löten muss, habe ich hier fertige Steckverbinder verwendet, die sicher und gut beim Arduino halten. Das Programm habe ich mit Arduino Block gemacht. Wie man sieht, ist das tatsächlich nicht viel. Da in Arduino Block die LED-Matrix keine fertigen Funktionen hat, habe ich hier eben die Kommentar-Code-Funktion verwendet. Link findet ihr unten. Nachdem die Library eingebunden ist und definiert ist, wo die einzelnen Pins sitzen, kommt eben hier der interne Pull-Up-Widerstand an Pin 2. So spare ich mir einen extra Widerstand. Damit ich einen echten Zufallsgenerator habe, mache ich Permanent Generator plus 1 mit der Frequenz vom Arduino. Ist die Variable größer oder gleich 101, setze ich sie auf 0 zurück. Wird jetzt der Taster am Eingang betätigt, dann wird jetzt eben der Wert aus der Variablen genommen, der jetzt eben total zufällig ist, weil das eben seit dem Start vom Arduino beginnt zu zählen. Und hier setze ich den Wert eben von 0 bis 100 und mache daraus 0 bis 6. Das heißt, die Zahlen von 0 bis 5 werden angezeigt. Und jetzt verwende ich ganz einfach über die Kommentar-Code-Blöcke, welche LED jeweils angehen soll. Über das Set Intensity wird die Helligkeit eben angezeigt. Ich habe mich hier für 0,7 entschieden. Und dann wird eben 900 Millisekunden Pause gemacht, um den Taster ganz einfach zu entprellen. Ich habe hier oben ja schon mal 370 Millisekunden drin. Da wird die Anzeige also dunkel gemacht, falls zweimal die 4 nacheinander kommt, dass man auch sieht, dass die Eingabe angenommen wurde. Nachdem der Zufallsgenerator jetzt also eine Zahl von 1 bis 5 generiert hat, frage ich jeweils nur ab, welche Zahl ist denn generiert worden. Und dann schalte ich die jeweiligen LEDs auf der Matrix mit diesen zwei Einzern hier eben ein.